Hallo zusammen, heute zeige ich euch wie man mit Spirale einfach so erstellen kann. Also wir gehen auf der linken Seite Spirale erstellen oder F9 drücken hier einfach drauf. Dann zeige ich euch wie man Spirale erstellt. Also einfach mit der gedrückten Taste einfach so drücken und dann habt ihr Spiralen da und ja verschiedene Modelle und verschiedene Größe könnten sie auch erstellen und wie sie hier sehen was ich hier mache und wir können auch verschiedene in verschiedenen Farben so machen. Also ich zeige euch ja sie sehen schon was wir gebaut haben. Also man kann tolle und richtige Sachen damit machen und von daher ja einfach eine Spirale holen und dann viele verschiedene Spirale damit bauen. Also das ist so einfach. Wenn sie nicht mehr haben wollen, dann könnten sie markieren und einfach löschen. Ja, einfach markieren mit diesem Werkzeug hier drauf markieren, drauf drücken und dann einfach mit der rechten Taste drücken. Also und sie könnten auch weiter Spiralen bauen und die Farbe können sie auch hier. Also einfach drauf drücken und eine Farbe hier holen. Ja, jetzt geht es wieder. Also einfach drauf markieren und die Farbe ja. Also es würde mich, dass wir markieren. Wir machen weiter und dann gucke ich. Ja, jetzt funktioniert das und dann der nächste kommt mit einer anderen Farbe auch. Ja, die Farbe funktioniert das jetzt. Also einfach weiter bauen, wie sie das haben wollen. Und wenn sie fertig sind, dann könnten sie einfach, ja, weiter spielen. Also sie sehen schon. Und die Windungen können sie auch hier reduzieren oder ändern, wie sie haben wollen. Und die Abweichungen können sie auch. Sie sehen schon, was sie damit machen können. Und den Reifungen können sie auch hier umenden. Also man kann dann sehr verschiedene, tolle Sachen machen. Sie sehen schon, was wir jetzt gemacht haben. Und dann könnten sie auch viele verschiedene tolle Effekte hier versuchen zu machen. Und verschiedene Farbe auch können sie auch umenden, wie sie das haben wollen. Also wenn sie das mischen wollen oder speichern wollen, dann könnten sie ganz schnell schnell das erreichen. Und ich zeige euch auch in dem nächsten Video, wie man das speichern kann und löschen kann. Und sie können auch meine anderen Videos einfach gucken, wie ich damit angefangen habe. Und es wird einfach schön für sie. Ich freue mich auch, wenn sie mich abonnieren können.